Blütenessenzen können bei psychischer Angeschlagenheit helfen. Was die Blütenessenz der Varatha für dich tun kann, erzähle ich dir hier. Die Blütenessenz der Varatha steht für Mut und Stärke. Der Ursprung dieser außergewöhnlichen Blume kann sogar 60 Millionen Jahre in die Antarktis zurückverfolgt werden. Heutzutage findet man sie aber nur noch in Australien. Ihren Namen hat sie von den Aborigines und er bedeutet am schönsten. Der Stamm der Tarawal nimmt ihren Nektar nicht nur zum Genuss zu sich, sondern auch wegen seiner heilenden und stärkenden Kräfte. Für die Aborigines verkörpert die Blume das Überleben und die Zähigkeit, die sie als australische Buscheinwohner im Überfluss hatten. Die Blütenessenz steht für Mut und Stärke. Das bedeutet, sie unterstützt Menschen, die keine Zuversicht und wenig Mut haben. Die Blütenessenz erhält man gemischt mit Alkohol, sonst geht sie kaputt, oder Mineralwasser. Man nimmt drei Tropfen dreimal täglich. gott. Mit Pi22 Was Schuss Wries Du dich Ist Ich Sie Ich Vielen Dank.